und da sitzt meine tochter toya und das ist heute euer glücksengel und zwar geht es um die weihnachtsverlosung wollte ich doch heute noch den gewinner die gewinnerinnen bekannt geben du ja magst man mischen 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 also es hat ganz vieles haben ganz viele mitgemacht und das hat mich total gefreut ich glaube 40 leute oder so noch mal dankeschön leider kann nur eine gewinnen so entscheide dich maus wenn du mal aufhalten tätest und sagen würdest was da drauf steht zu steht da drauf zu hat gewonnen liebe du schick mir eine e mail die e mail adresse findest du unten in der video beschreibung bei kooperations anfragen und schick mir gleich deine anschrift mit damit ich das paket los schicken kann wir gratulieren du auch alles klar ich freue mich auf deine mail bis dann und herzlichen glückwunsch zum gewinn tschüss tschüss